Frank Gustsch verstümmelt seine Opfer, vergeht sich an den Leichen. Ich sehe mich selber dabei, wie ich quäle und ich kann mich nicht beherrschen. Er hat ein Doppelleben geführt. Die dunkle Seite gut versteckt. Er hat mir gesagt, dass er die getötet hat und kein Mensch zu Hause hat nach ihr gefragt. Wer verantwortet das? Man kann das doch nicht einfach so. Das ist der Sargismus. Das ist der Werbe, der ist ein Teil von mir und die Kunde immer wieder auf. Das weiß ich und ich werde es wieder tun. Bestier.